Hier in der Dr. Stumpfstraße in Innsbruck in der Nähe vom Flughafen muss sich heute in der Früh Schreckliches abgespielt haben. Was wir wissen, um 9.30 Uhr ist ein Anruf bei der Polizei eingegangen. Der wurde von einem Nachbarn des betroffenen Pärchens getätigt. Polizei ist dann hierher gekommen und hat einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Und was der getan haben soll, lässt einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Scheinbar hat der 59-jährige Serbe mit seiner 50-jährigen Lebensgefährtin einen derart fürchterlichen Streit gehabt, dass er zu einem Küchenmesser gegriffen hat und sie damit attackiert hat. Die Verletzungen der Frau, die waren so immens, dass sie ihnen zum Opfer gefallen ist. Die Einsatzkräfte, die kurz nach 9.30 Uhr eingetroffen sind, die haben noch versucht, die Frau zu reanimieren. Leider erfolglos. Daraufhin ist der mutmaßliche Täter natürlich festgenommen worden. Er wird aktuell auch verhört und die übliche Polizeiarbeit, die läuft jetzt ab. Soweit wir erfahren konnten, wird heute auch noch eine Obduktion am Opfer vorgenommen. Das Tatmotiv, also der eigentliche Grund für den Streit, ist bislang völlig unbekannt.